Jo Leute, was geht? Und damit ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Legend of Soulguard Video hier auf meinem Kanal. Ja, es ist tatsächlich schon das achte Video von unserer kleinen Serie Legend of Soulguard. Dieses Video ist auch immer noch unterstützt durch King, die Entwickler von Legend of Soulguard und wie immer, dieses Video ist ein Werbevideo und ihr findet den Link zu Legend of Soulguard natürlich ganz oben in der Videobeschreibung. Wir werden heute in der letzten Folge einfach mal ein bisschen gucken, wie weit wir jetzt überhaupt gekommen sind. Wir werden natürlich noch ein paar Kämpfe machen und einfach so das Ganze ein bisschen ausklingen lassen. Ich würde sagen, wir beginnen einfach mal dieses Video mit den paar Gratistruhen hier und machen dann auch gleich schon mal wieder unseren ersten Kampf. Haben wir... ne, okay, ich dachte gerade, wir haben die neue Karte freigeschaltet. Haben wir tatsächlich noch nicht. Das Angebot steht immer noch. Ihr könnt gerne, wenn ihr Platz ist, in die CG-Gilde reinkommen. Ähm, momentan sind wir tatsächlich ja immer noch voll, aber wie gesagt, gerne, wenn diese Gilde einen Platz frei hat, könnt ihr gerne einfach mal vorbeikommen. Würde mich auf jeden Fall freuen, hier ein paar von euch anzutreffen. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit dem Elder und den greifen wir einfach mal an. Ich glaube, wir... haben wir gerade einen frei. Warte mal, Kompetenzkristall. Okay, wir haben auf jeden Fall einmal eine Bombe frei und ich würde sagen, auch einmal... Einmal machen wir auch mal einen Kampf gegen ihn. Ich weiß nicht, es ist, glaube ich... ne, es ist immer noch der, glaube ich, aus der letzten Folge. Ich bin mir nicht zu einer Prozent sicher, aber... ähm, wir müssen auf jeden Fall noch ein bisschen was an dem hier rütteln, dass wir dem Damage machen. Und die erste Kombination gerade war jetzt nicht so perfekt, aber was soll man machen? Wir können auf jeden Fall hier gleich eine Kombination, eine gute Kombination machen. Der macht jetzt hier erstmal ein bisschen Damage. Das geht auf jeden Fall klar. Und dann move'n wir den da hin. Zack. Okay, und das schon mal hier so hin. Super. Okay, das hat sich dann jetzt auch schon mal erledigt. Alles klar. Ich hoffe mal, dass er gleich an ihm da auch Damage macht. Nicht, dass der da ein bisschen zu versetzt steht. Das wäre auf jeden Fall ein bisschen belastend. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass das nicht der Fall ist. Denn dann würde ich mich ordentlich ärgern. So. Wir move'n ihn einmal hier hin. Und natürlich macht er kein Damage. Oh mein Gott. Ach du Heilige. Okay, jetzt hat er da vorne so Herzen platziert. Ist das seine Lebensanzeige? Ich weiß es gerade tatsächlich nicht. Das könnte auf jeden Fall sein. So, wir machen hier mal ganz kurz eine Kombination. Der hier wird da eh nicht dann hinlaufen. Da auch nicht. Dann machen wir es einfach mal so. Zack. Und machen hier noch mal eine Vierer-Kombo. Das sollte auf jeden Fall ganz gut funktionieren. Wenn wir da vorne nicht schon tot sind. So. Boom, boom, boom. Super, super. Äh. Zack. Gut. Da habe ich gerade nicht wirklich aufgepasst. Aber ist ja auch nicht so schlimm. Wir rufen nochmal neu hier aufs Feld. Können wir den noch irgendwie verstärken? Ich glaube gerade tatsächlich nicht. Das ist ein bisschen schade. Aber okay. Wir move'n ihn einmal hier hin. Machen das so. Zack. So, jetzt wird er hier einmal angreifen. Wir sind auf einem HP. Aber wir können ihn jetzt hier auf jeden Fall Damage drücken. Das ist gut. Zack. Hier nochmal kombiniert. Dann können wir nochmal neu aufs Feld rufen. Der macht jetzt Damage. Und er sollte jetzt hier gleich eigentlich auch reinlaufen und da gut Damage machen. Hoffentlich. Das ist auf jeden Fall der Plan, Leute. Das ist auf jeden Fall der Plan. So. Zack. Genau. Sehr schön. 16 Damage ist schon mal. Das ist auf jeden Fall schon mal was. Und jetzt. Ja. Was soll er machen? Ich meine alleine können wir ihm immer noch ein bisschen Schaden machen. Zugefügt. Schaden 30 ist noch nicht so viel. Aber man kriegt ja auch eine ganz schön gute Belohnung, wenn man das schafft. Ich würde sagen, wir gehen jetzt hier auf jeden Fall nochmal zurück und geht zu den Schatzhöhen. Da habe ich tatsächlich in der letzten Folge hier fast die leuchtende Ernte fertig gemacht. Und ich würde sagen, wir legen jetzt hier schon mal vor für die glitzernde Ernte. Ich habe jetzt leider die Kiste nicht gefilmt, die ich da dann bekommen habe. Da war, ich glaube 1500 Gold waren da glaube ich drin. Also damit kann ich auf jeden Fall ein paar Upgrades machen. Ansonsten. Ja. Es ist eigentlich. Eigentlich ist das hier immer recht easy, um so ein bisschen Kisten zu fahren. Also es ist keine große Herausforderung. Man hat keinen Gegner. Man ist ja eigentlich nur da, um ein bisschen. Ne, den will ich da lassen. Um ein bisschen hier gute Kisten zu fahren. Dafür ist das hier eigentlich der Modus. Somit am allerbesten kann ich nur immer empfehlen, wenn ihr da gerade Zeit habt. Beziehungsweise wenn ihr gerade die Möglichkeit habt, den zu machen, den auf jeden Fall immer zu machen. Denn das ist immer eine ganz, ganz gute Möglichkeit. Die laufen jetzt hier alle durch, machen ein bisschen Damage. Schöne Sache. Jetzt rufen wir auch nochmal neue aufs Feld. Und dann können wir hier auf jeden Fall kombinieren. Können wir ihn mal hier hinmoven. Okay. Schade. Ich wollte eigentlich hier nochmal den ein bisschen verstärken. Aber es ging gerade leider noch nicht. Gut, dann machen wir es halt eben jetzt gerade nicht. Nochmal neue aufs Feld bitte. Und. Zack. Dann rufen wir ihn gleich da rüber. Das sollte eigentlich. Genau. Boom. Easy. Nice Sache. Nein, Siri. Warum Siri? Ich sag easy, er öffnet Siri. Alles klar. Grüße gehen auf jeden Fall raus. So, aber wir müssen sowieso nur noch zwei Damage machen. Beziehungsweise zwei Punkte abziehen. Wir sind jetzt beim letzten Punkt. Also, das ist tatsächlich eine einfache Angelegenheit. Okay, die Mauer war jetzt unnötig. Das habe ich nicht richtig aufgepasst. Aber ist eigentlich auch egal. Denn jetzt haben wir ganz einfach mal eben kurz gewonnen. Schöne, schöne Sache, Leute. Ich hoffe mal, wir kriegen jetzt hier gut Punkte für unsere Kiste. Das wäre auf jeden Fall ganz nice. Insgesamt jetzt 18 Stück. Schöne Sache. 18 von 80 ist auch schon fast ein Viertel. Das heißt, als letztes machen wir jetzt hier nochmal in der Kampagne weiter. Ich bin jetzt tatsächlich bei Stufe 58. Ja, wir brauchen auf jeden Fall noch ein Stückchen. Bis die Kampagne durch ist, das dauert noch ein bisschen. Aber wir machen jetzt hier auf jeden Fall nochmal ein, zwei nice Kämpfe. Und wir beginnen einfach mal ganz kurz hier mit da eine Kombination rauszuhauen. Und dann auch nochmal hier. Das ist doch schon mal ein schöner Anfang. Und dann können wir hier schon mal moven. Da können wir moven. Nice Sache. Dann holen wir hier nochmal neue aufs Feld. Schön, schön. Alles chillig. Alles chillig. Alles nice. Passt. Wir brauchen auf jeden Fall nochmal neue Truppen. Können ihn einmal hier rüber moven. Dann können wir... Ne, können wir nicht. Wir können das so machen. Genau. Genau. Schön. Dann... Nein. Bitte nicht. Dann moven wir ihn einmal hier hin. Zack. So, jetzt brauchen wir auf jeden Fall eine gute Pferdereiter-Kombo. Ne, nicht Pferdereiter. Wir brauchen auf jeden Fall eine gute Kombo. Wir sind jetzt schon auf sieben Damage runter. Das ist tatsächlich schon ein bisschen was. Können wir eben ganz kurz eine Mauer machen, damit die nicht so viel Damage machen. Dann machen wir auf jeden Fall diese Kombo hier. auch wenn da jetzt zwei vor sind. Die ist immer sehr, sehr stark. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Dann werden wir hier erstmal eine 3er-Kombo machen und hier als nächstes eine 4er-Kombo. Und zwar genau so. Dann moven wir ihn gleich dahin. Oh, wir sind auf zwei runter. Aber das sollten wir... Das sollten wir eigentlich schaffen. Das sollten wir eigentlich schaffen. 25 Damage. Wir müssen eigentlich diese Flanke hier ein bisschen verteidigen. Aber das kann ich gerade nicht. Das kann ich gerade nicht. Doch wir können es schon. Wir können es so verteidigen. Aber mehr dann jetzt auch gerade nicht. Wir können... Ja, eine Mauer bringt uns jetzt hier gerade wenig. Hm. Ich rufe nochmal zwei neu aufs Feld. Okay, es hat uns jetzt nicht viel gebracht. Es hat uns jetzt leider nicht viel gebracht. Oh, wow. Jetzt ist das da hinten aufgegangen. Ey, will der mich verarschen, Alter? Will der mich, ganz ehrlich, ein bisschen hochnehmen? Ich glaube, leider schon. So, jetzt aber. Boom. Schöne Sache. Und der läuft gleich durch. Und dann haben wir das Ding. Dann haben wir das Ding, Leute. Dann haben wir das Ding. So, den move'n wir mal hier hin. Der macht es die beiden. Nicht kaputt. Okay. Dann müssen wir auf jeden Fall ihn hier supporten, dass er da gleich auf jeden Fall den Sack zumacht. Machen wir es hier mit. Komm. Eins. Okay, leider geht es nicht nochmal. Die sind auch auf zwei. Wir spielen weiter. Wir spielen weiter. Das lasse ich ihm jetzt nicht entgehen. Okay, da haben wir gewonnen. Ja. Okay, die 25... Ähm. Die 25 Punkte, die wir jetzt dafür ausgegeben haben, war jetzt nicht so schlimm. Da haben wir auf jeden Fall den Win mal eben ganz kurz geholt. Nice Sache. Und kriegen wir noch irgendwie eine Belohnung? Ich glaube aber... Ah, hier haben wir noch was. Ernteschätze in den Schatzhöhlen. Können wir noch irgendwie was verbessern? Wir könnten hier die Nachtwächterin verbessern. Die Nachtwürkerin. Aber das will ich gerade mal nicht machen. Mh. Okay. Ne, wir lassen es erst mal so. Könnten ihn rein theoretisch noch verbessern. Aber ich schalte als nächstes hier den Hobling frei. Ihn hier könnten wir auch verbessern. Ihn würde ich gerne verbessern. Kann ich aber nicht. Und sie möchte ich auch noch nicht verbessern. Ich glaube, das lasse ich erst mal mal so. Leute, ich würde sagen, das Video ist jetzt auch mal ganz ehrlich an der Stelle zu Ende. Wir haben auf jeden Fall heute wieder ein bisschen was gemacht. Wie gesagt, wenn euch Legend of Soul Guard gefällt, da hat euch das Spiel gerne runter. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ich hier ein paar von euch mal in-game sehe. Und ich würde einfach mal sagen, Leute, das ist mit dem Video. Checkt das Video, checkt das Game auf jeden Fall aus. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und bis zum nächsten Mal. Dieses Video war unterstützt durch Legend of Soul Guard beziehungsweise durch King. Es war ein Werbevideo, nur noch mal ganz kurz gesagt. Haut rein und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.